Jetzt wird es besonders kreativ. In den drei neuen Gestaltungstipps geht es um das Arbeiten mit Rahmen, um Eckenoptionen und um das Gestalten mit geometrischen Formen. Beginnen wollen wir mit den Innen- und Außenrahmen. Eingefügte Fotos auf deinen Buchseiten wirken oft noch besser, wenn sie gerahmt werden. Klicke auf ein Foto und öffne den Bereich Dekorieren oben rechts. Aktiviere die Funktion Farbrand mit dem Klick auf das Kreuz. Nun werden die Werkzeuge aktiviert, ein blaues Häkchen ist zu sehen. Stell jetzt die Breite ein. Ich empfehle hier immer schmale, dezente Farbränder, also Breiten zwischen 0,2 und 0,4 Millimetern. Nun kannst du wählen, ob der Farbrand am Bild anliegen soll, also außen. Soll er mittig auf dem Rand des Fotos liegen, so wenig nach außen, wenig nach innen oder soll er ganz nach innen zeigen. Eine besonders schöne Gestaltung gelingt, wenn der Farbrand mit Abstand nach innen oder mit Abstand nach außen eingerichtet wird. Meine Empfehlung, je größer das Foto, umso größer würde ich dann auch diesen Abstand wählen, also mindestens 5,0 Millimeter. Je höher der Wert, umso edler wirkt das Ganze. Die Farbe spielt ebenfalls noch eine wichtige Rolle. Nach innen würde ich eher weiß empfehlen, den Farbrand nach außen würde ich an die Farben des Fotos anpassen. Die Farbe kannst du mit dem Werkzeug Farbe festlegen. Öffne mit Klick die Farbauswahl. Alle Einstellungen lassen sich gleich hier auch auf weitere Objekte festlegen. Klicke dazu hier unten auf weitere Funktionen. Ja, ich hoffe, das wird dir bei der Gestaltung deiner CW-Fotobücher helfen. Im zweiten Tipp geht es darum, wie du mit den Eckenoptionen die Form deiner Fotos ändern kannst. Mit den Eckgrößen und Eckformen lassen sich ganz tolle Veränderungen am Foto vornehmen. Markiere zuerst ein Foto, öffne dann den Bereich Dekorationen und aktiviere unten rechts in deiner Bildschirmansicht die Funktion mit einem Klick. Nun kannst du die Ecken des Fotos verändern. Wähle eine Variante aus. Erstens, das wäre die scharfe Ecke nach außen, dann die runde Ecke nach außen. Jetzt gibt es die runde Ecke nach innen und eine schräge Ecke und zum Schluss die scharfe Ecke nach innen. Diese Einstellungen lassen sich aber auch einzeln und separat für jede Ecke lösen. Dazu musst du die Verkettung lösen. Dann kann die Einstellung für jede Ecke verändert werden. Ja, und nun mein letzter Tipp. Versuch doch mal die Seiten im CW-Fotobuch mit geometrischen Formen zu gestalten. Das macht irre Spaß, sieht toll aus und ich zeige dir, wie einfach es geht. Das Gestalten mit geometrischen Formen wird immer beliebter. Ob du einfach einen Kreis verwendest, ein Dreiecksterne oder die Hexasform wählst. Die Auswahl ist hier riesig. Öffne den Bereich Cliparts und wähle hier den Bereich Formen. Ziehe das Clipart auf die Seite und lege dann die Größe und die Position fest. Damit lassen sich Texte hervorheben, Bereiche farblich betonen und sogar mehrere Fotos umrahmen. Nun lassen sich aber auch die Fotos selbst in andere Formen verändern. Entweder machst du das, wie eben gezeigt, mit den Eckenoptionen oder du verwendest Masken und Rahmen. Den Bereich Masken und Rahmen findest du unten links in deiner Bildschirmansicht. Wähle auch hier den Bereich Formen. Ziehe eine Maske auf das Foto und es ändert sich die Form. Möchtest du jetzt diese Maske doch nicht verwenden, dann entferne sie einfach mit der Löschen-Taste. Jetzt kannst du Fotos und Cliparts kombinieren. Entweder du veränderst das Foto in der Form und legst danach das Clipart herum oder du fügst das Clipart ein und passt das Foto entsprechend an. Geometrische Formen lassen sich so auch sehr dekorativ verwenden. Passe Farben an, verändere die Größe und lass sie immer wieder in deinem Buch erscheinen. Tipp! Denke daran, dass nicht nur die Farben verändert werden können, sondern man kann auch mit dem Werkzeug Transparenz die Farbe etwas reduzieren. Verwende dazu den Schieberegler Transparenz im Bereich Dekorieren rechts. So passt das Clipart vielleicht noch besser zu deinen Inhalten. Ja und damit sind wir schon wieder am Ende für heute. Such dir weitere Tipps zur kreativen Gestaltung, dann schaut einfach mal hier in der Playlist.